Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Breakpoint. In der letzten Runde hat es mich ein paar mal zersammelt und die Runde hier ist auch nicht gerade super geworden, denn ich habe das ganze Target schon gecleared, leider ist die Aufnahme nichts geworden. Das heißt wir müssen das ganze noch mal machen. Das sind die letzten zwei verbleibenden Rebellen-Missionen und zwar genauer gesagt die Lagerangriffe. Oh nein, das nicht sein müssen. Wo sind wir denn jetzt hier? Let's set it here. Let's set it here. Let's set it here. Let's set it here. Let's set it here and click country. So. Dann schauen wir mal, wie die zweite Hand aufläuft. Der erste, den hatte ich tatsächlich jetzt in zwölf Minuten fertig. Mal schauen, ob diese hier genauso gut läuft. Wir müssen dieses Lager angreifen. Meine Leute geben ihnen Deckung und helfen, wenn es zu heiß wird. Das klingt gut. Sentinel muss dafür bezahlen. Für alles. Hey, Scheiße! Ich vertraue denen nicht. Es ist zu leicht, sie zu deaktivieren. Was geht's? Nein. Wollt ihr? Ja. Ingecuito! Wollt ihr? Wir müssen das. Danke, nö. Wenn die nächste, die nächste, die nächste, die, 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 die die. Dann. Wie diese, die Night. Drei auf einen Streich. 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 Bleibt Wasser! Verteidig das Gebiet! Naja, lief doch trotzdem ganz gut. So, bleibt noch eine Mission übrig, diese sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Lasst ein Like da, tschüss sagt euer Lightwolf. Bis zum nächsten Mal.